Wie viel verdient man denn damit? Lass uns über Geld reden. Zwei, alle. Alles? Alle. Man verdient alle. Ist okay. So, wir sind jetzt hier in Leipzig. Wir gehen jetzt auf die Dreamhack. Es wird um 10.000 Euro gepokert. Mit dabei sind heute der liebe Freddy. Freddy! Und die liebe Jodie. Alles klar, geil! Viele Leute werden sich wahrscheinlich fragen Was machst du auf die Dreamhack? Du bist doch schlecht in Counter-Strike. Und ja, das stimmt. Aber wir werden hier gar nicht Counter-Strike spielen. Oder irgendwie streamen. Nein, wir werden viel mehr pokern heute. Und ich hab extrem Bock drauf. Ich bin echt mal gespannt, wenn ihr irgendwie die Anreise oder sowas sehen wollt. Schaut gerne bei den beiden Idioten rein. Und wir sehen uns dann gleich einfach irgendwie am Messegelände. Und lasst jetzt schon wieder 35.000 Daumen hoch da, weil ich einen Vlog gemacht habe. Tschüss! Hallo! Das ist jetzt meine Frisur jetzt. Sie ist super! Warte, ich muss es mal um... Warte, drehe ruhig rum. Ich brauch das nicht sehen. Ich bin nur Kamera. Wie ist das als Profi-Spieler hier auf der Dreamhack? Ähm, ich äh... Wie viel verdient man denn damit? Ja. Lassen Sie über Geld reden. Und zwar alle. Alles. Alles. Alle. Okay. Ich grüße meine Oma. Okay. Muri, hast du noch irgendwas? Ich mag euch alle. Warte, warte, warte. Schreib mal in die Kommentare, ob ich wieder Minecraft bringen soll. Minecraft? Minecraft. C mit C. Croft. Alles klaro? Minecraft. Minecraft. Genau. Lara Croft ist auch... Ah, daher. Die Eselsbrücke. Lara Croft. Minecraft. Genau. Ciao, Kakao. So, Freunde. Wir befinden uns gerade hier im Backtrade-Bereich von Pokerstars. Ich habe gerade noch ein wunderbares Stück Nahrung, die mich aufgenommen, was geschmeckt hat wie ein Haufen Kott. Jetzt geht es los, Leute. Wir beide spielen. Jetzt vielleicht ein bisschen motiviert. Wir haben letztlich ja leider ein bisschen länger gespielt als gedacht. Vier Stunden. Vier Stunden länger. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir sind immer noch nicht fertig, aber meine Freunde... Jetzt kommen wir und räumen erstmal richtig auf. So, Freunde. Guten Morgen. Hier kommt Tag 3 der Dreamhack. Beziehungsweise, ja, dem dritten Teil meines Vlogs. Copyright-Musik im Hintergrund läuft bei mir auf jeden Fall. Wie wir sehen, stehen wir bei Pokerstars. Wir haben mega verpennt. Das Turnier beginnt in sieben Sekunden ungefähr. Also, ich glaube, geschätzt. Es fängt auf jeden Fall leicht an. Und ja, wir sind jetzt am Final Table. Wir spielen heute um ganze 5.000 Euro. 10.000 Euro Preis. Cool. Und wie ich ja bereits erwähnt hatte, wenn ich irgendwas gewinnen sollte, werde ich es auf jeden Fall spenden. Und ich bin mal gespannt, wie es abgeht. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Freddy ist nicht gerade noch einen Kaffee holen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich irgendwie am Tisch wieder. Die gute Sonnenbund ist natürlich wieder dabei. Pokerface läuft. Und ja, man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich bin ziemlich gefickt. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich einfach am Tisch. Bis gleich. Glückwunsch erstmal. Und ja, konstant gespielt. Zwar alles gespielt. Egal was es überhaupt. König Zoll oder so. Vollkommen scheiße. Vollkommen scheiße gemacht. Nur Glück ab. Trotzdem. Er ist im Geld. Er hat alles richtig gemacht. Ja, nur weil ich rausgegangen bin. Bleib unter der Familie, habe ich gesagt. Ja wunderbar. Wie lange ihr halt 50-50 macht? Oder wie auch immer. Spenden dann. Spendet das. Spendet. Top. An wem genau? Ja und das ist eine ziemlich gute Frage. Ich werde das Ganze an Lichtblicke e.V. in Köln spenden. Das ist eine regionale Einrichtung hier in Köln, die sich quasi für Kinder interessiert und ja quasi schwer erziehbaren Jugendlichen oder halt Jugendlichen aus Problemhaushalten irgendwie unter die Arme greift. Wie ihr vielleicht merkt, ist der Vlog nicht allzu lang geworden. Das liegt daran, dass ich tatsächlich nicht viel filmen konnte, weil ich halt teilweise wirklich acht Stunden am Stück am Tisch saß und Poker gespielt habe. Es war trotzdem eine unheimlich geile Erfahrung. Ich habe es ja sogar einmal kurzzeitig geschafft zu streamen. Wie gesagt, wenn ihr davon den Best of sehen wollt oder einen kleinen Ausschnitt, gerne mal einen Daumen hoch da lassen. Und für alle anderen Leute, die gerne komplette Vlogs von der Dreamhack sehen wollten, kann ich euch nur empfehlen, die Videos von der Jodie mal zu klicken. Die ist nämlich unten in der Beschreibung verlinkt. Der hat das Ganze nämlich etwas ausführlicher dokumentiert als ich. Und ja, ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall Spaß hattet mit diesem Vlog. Wenn ihr möchtet, dass ich zwischendurch mal ein bisschen mehr vlogge, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, er ist nicht allzu lang und nicht allzu gut geworden, weil ich tatsächlich nicht so viel Material hatte. Aber ich hoffe mal, ihr seid zufrieden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Wir sehen uns morgen beim 14 Uhr Video. Macht's gut, Leute. Tschüss.